Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration. Im Frühjahr gingen die Bilder der Hausfassade bundesweit durch die Medien. Dutzende Asylanträge seien zu Unrecht bewilligt worden, hieß es. Die Rede war vom BAMF-Skandal. Und heute? Auf jeden Fall ein Augenöffner sind die Vorgänge im BAMF gewesen, nämlich dass dort Missstände gegeben hat, auch massive Missstände, vor allen Dingen in den Jahren 2014 bis 2017. Da haben die internen Kontrollmechanismen des BAMF versagt. Das BAMF versuchte Fehler aufzuklären und untersuchte noch einmal alle positiven Bescheide der Bremer Behörde seit 2016. Das Ergebnis von knapp 13.000 untersuchten Verfahren gab es in Bremen 145 grobe Verstöße. Zum Beispiel wurde ein gewährter Schutz in einem anderen EU-Land missachtet. Die Verstöße würden rund 1,1 Prozent aller Verfahren ausmachen. Schuld an den Fehlern in der Behörde seien allerdings nicht die Mitarbeiter, sondern das Bundesinnenministerium, so die Linke. Dort hat man Druck gemacht, möglichst schnell die Bescheide zu bearbeiten, die Anträge auch dann abschließen zu können, hat aber nicht das Personal zur Verfügung gestellt. Das Innenministerium hat nach eigenen Angaben nun reagiert und zum Beispiel das Personal aufgestockt. Die Konsequenzen seien folgerichtig, meint auch die AfD. Es gibt jetzt Berichtspflichten, die man 2013 abgeschafft hat, um frühzeitig zu erkennen, wie die Anerkennungsquoten sind. Das sind alles richtige Maßnahmen, aber kommt viel, viel zu spät. Im nichtöffentlichen Innenausschuss nahm auch der neue BAMF-Chef Hans Eckert Sommer Stellung. Er wolle, hieß es, aus Teilnehmerkreisen dafür sorgen, dass sich Vorfälle wie in der Bremer Außenstelle nicht wiederholen. Vielen Dank.